Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du ein paar Dutch Doors in dein Bullet Journal bekommst. Bevor ich das tue, vergiss bitte nicht unseren Kanal zu abonnieren, gib uns einen Daumen nach oben und lass vielleicht auch einen Kommentar da, wenn du Lust hast. Ich würde mich freuen von dir zu hören. Und hier sind jetzt erst einmal die Materialien, die du für unser Spread brauchst. Natürlich erst einmal dein Bullet Journal, ich habe hier das Scrabble Set Matter, dann eine Schere, die Acrylic Block Stamp Sets, ein Lineal oder Geodreieck, egal, dann natürlich die Stempel, hier sind nicht zu verachten, sehr wichtig, ein Stempelkissen und ein paar Bleistifte oder einen guten Bleistift und die Tombow Dual Brush Pen, die verlinke ich auch in der Infobox. Natürlich den Micron Fineliner. Ja und wenn du das alles hast, dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jetzt erst einmal ein Drittel der Seite abgeteilt, ja so ungefähr, ne? Also das bleibt natürlich dir überlassen, aber ich habe jetzt so ein Drittel genommen und das schneide ich jetzt hier auf der rechten Seite ab, damit das dann gleich eben mein Dutch Door ist, ja? Also das kann ich dann hinterher umklappen und ja, das sieht dann hübsch aus, ne? Und gleichzeitig kann ich das natürlich noch von beiden Seiten benutzen, aber irgendwie hat die Woche dann, ja, so einen ganz anderen Touch, ne? Also, ja, jetzt kann es weitergehen. Also ich teile wieder ab, den ganzen, das Spread wieder in, ja, drei Bereiche, also in ein Drittel wieder von der linken Seite und ziehe erst einmal einen Strich nach oben, ja, damit ich so ungefähr eine Abtrennung hier habe. Dann kommt oben links Februar hin, ja, also nicht zu verachten. Natürlich kannst du es auch für jeden anderen Monat machen, das bleibt natürlich dir überlassen. Und jetzt mache ich hier das nochmal ein bisschen mit den Tombos, gehe da nochmal drüber, aber ganz, ganz vorsichtig. Die sind nämlich sehr breit und ich habe das auch schon erlebt, dass ich das ganz schnell, ja, einfach vermasselt habe, ne? Deswegen bin ich hier ganz, ganz vorsichtig, wenn ich mit den Tombos da reingehe. Und dann zähle ich ab, welche, ja, Wochentage ich hier brauche. Also es muss ja alles natürlich irgendwie passen und wenn du das nicht tust, kann ich das so auf diese Weite da wegradieren. Deswegen fand ich das nicht ganz unwichtig und du siehst, ich tue es auch schon wieder, ja. Also jetzt erst einmal die Wochentage da rein und dann nehme ich den Rest für das Stempel. Ich finde diese Acrylic Block Stamps unglaublich praktisch, ne? Ich kann mir das jetzt hier zusammen puzzeln. Ich habe das natürlich in der Infobox verlinkt, weil hier, das ist ein ganz praktisches Stempel-Set. Ich kann so immer mit dem Monat ganz, ganz schnell zusammenstempeln, sozusagen, ja. Ich muss nur sagen, wann der Monat anfängt und dann kann es auch schon losgehen. Und du siehst schon, das ist sehr viel einfacher, als das Ganze, ja, selbst zu schreiben und ja auch zu radieren, ne? Weil ich kriege das nie so ordentlich hin. Dafür nehme ich jetzt einfach den Micron Fineliner und mache das Ganze einfach aus der Hand, also eine Box da drum. Ich möchte das jetzt gar nicht 100% ordentlich haben. Das habe ich auch mit dem Stempel nicht geschafft, ja. Das ist aber fast normal, ja. Man kann das bestimmt ein bisschen schöner noch hinbekommen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt immer so, dass das auch schnell so ganz leicht verwischt, ne? Und damit das dann wieder zum Rest passt, gehe ich dann einfach einmal noch nach hier mit dem Micron Fineliner. Ja, und unten kommen jetzt erst einmal meine Blumenleser hin. Und falls du schon mehr Videos von uns gesehen hast, dann weißt du, dass ich dieses Spread, nicht dieses, aber ein ähnliches mit diesem Motiv für diesen Monat schon mal verwendet habe. Und ich wollte, dass das dazu passt. Deswegen jetzt hier nochmal ähnliche Blumen, eine ähnliche Idee dahinter, aber eben mit diesen Dutch Daws. Bis zum nächsten Mal. Ja, und sobald jetzt meine Blumen und Gräser hier in den Vasen stehen, nehme ich die Tombos und ich habe so ganz, ganz helle Farben gewählt, ne? Ich möchte das nicht überdecken, deswegen fange ich jetzt hier mit einer ganz, ganz hellen Farbe an, mit so einem leichten Pfirsichton und dann kommt noch ein bisschen Pink da rein und dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Pink, dunkleres Pink. Deswegen, also du erreichst schon hier, dass das so ein Ganze so ein bisschen, ja, schattiert wird, indem du einfach verschiedene Farben benutzt. Und dann zähle ich auch schon wieder aus, weil ich natürlich jetzt die Boxen reinhaben möchte, die für die Wochentage sind, aber auch das soll ungefähr passen, ne? Deswegen kommen hier jetzt wieder, ja, muss ich das Ganze wieder auszählen und, ja, dann kann ich auch schon loslegen. Vielen Dank. Ja, in dieser Woche habe ich jetzt sehr viel Platz, wie du siehst, also auf eine Seite kommen lediglich zwei Tage, weil ich jetzt eben diese Dutch Doors habe in der Mitte, da können, ja, haben ja auch noch vier Tage Platz, ja, zwei auf der Vorder- und zwei auf der Rückseite und, ja, gut, okay, jetzt muss ich für das Wochensport natürlich nicht zwei Seiten haben, sondern vier. Das ist natürlich der Nachteil. Aber gut, ich finde, es lohnt sich. Das kann man mal zwischendurch machen und vor allen Dingen, wenn du weißt, in einer Woche ist viel los oder du hast viel zu machen, viel aufzuschreiben, dann bietet sich so ein Spread an. Natürlich kannst du auch diese Boxheadings, die ich jetzt hier so locker aus der Hand zeichne, kannst du auch mit einem Lineal zeichnen. Sehr wahrscheinlich sieht das dann auch schöner aus, aber ich wollte jetzt diesen Stil beibehalten, dass das Ganze einfach, ja, einfach so per Hand gezeichnet ist. Und das, was jetzt übrig ist, ja, sozusagen Päckchen Nummer 8, das wird bei mir jetzt hier Next Week. Und alle Boxen bekommen jetzt noch so einen leichten Schatten. Bis zum nächsten Mal. Diesen Schatten könnte man natürlich auch noch ordentlicher machen, indem man einen Tombow nimmt, ja, der ist einfach breiter und dann hat man das Ganze ordentlich ausgemalt. Aber hier auch wieder mit meiner To-Do-Liste jetzt am rechten Rand. Ich möchte das einfach, ja, so ein bisschen gescribbelt haben. Ich möchte das einfach, ja, so ein bisschen gescribelt haben. Was ich nicht ganz unwichtig finde, ist einfach die Farben jetzt beizubehalten. Also fange jetzt nicht an, noch ein paar Farben dabei zu nehmen. Ich finde zwei, drei Farben reichen für dieses Spread völlig. Du kannst es natürlich auch anders machen. Würde ich mich freuen, wenn du mir in der Infobox einfach mal eine Idee hinterlässt, wie das dann bei dir aussieht. Ansonsten, ich nehme einfach hier nur diese zwei Farben und mache neben meiner To-Do-Liste diese kleinen, ja, Boxen, damit ich das abhaken kann, wenn es erledigt ist und gehe einmal von oben nach unten durch. Und du siehst, auch wieder, ja, mehr gedudelt, gescribbelt als richtig ordentlich gezeichnet. Soll aber diesmal auch so sein. Bis zum nächsten Mal. Ja, die Headings bekommen jetzt bei mir auch noch ein bisschen Farbe. Du kannst es natürlich auch ganz farbig anmalen. Also ich habe hier wieder diesen Pfirsichfarbenen Stift genommen. Ich finde den eigentlich schön dafür, aber ich bleibe nur bei den Ecken. Da kommt nämlich dann hinterher auch der Tag rein. Also der Tagsmonat. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen und wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich auch, wenn du unseren Kanal abonnierst und die kleine Glocke anklickst, sodass du benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video poste. Ja, und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss.